Ich kann ihn im Beat nicht erreichen. Und wieso ist das mein Problem? Muss ich dir das wirklich erklären? Nein, entschuldige. Gut, ich schicke dir die Koordinaten seines letzten bekannten Aufenthaltsortes. Sieh bitte nach, ob dort irgendwas zu finden ist. Gut, ich schicke dir die Koordinaten. Gut, ich schicke dir die Koordinaten. Gut, ich schicke dir die Koordinaten auf den Fall erhebt. Ich stehe an, die hier sind. Vergiss nicht. Sobald du den ersten Punkt aktivierst, werden die Firewalls versuchen dich auszusperren. Und das ist schlecht. Das heißt, du musst schneller sein als sie. Ich sehe eine Runde. 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 Ich sehe eine Runde.